Schau, keine Ratten. Die haben also an der Mauer angehalten? Mauern sind denen egal. Ihnen geht's nur ums Futter. Ich sehe auch keine Soldaten. Hey, mir ist gerade was eingefallen. In Vaudan's Labor war ein Fresco einer Insel. Ich habe sie gesehen, Lukas. Was sagst du jetzt? Vaudan scheint sie zu kennen. Schon gut, schon gut. Ich frage ihn. Danke. Also, Mutter hat gesagt, dass der Kräuterkundler am Waldrand wohnt. Dürfte nicht mehr Wald sein. So still hier? Verdächtig. Hier waren vor kurzem noch Leute. Kein Blut. Keine Kampfspuren. Wo sind sie? Das sollten wir unbedingt ausnutzen. Wurde vor kurzem noch benutzt. Das ist ruhig. Zu gut. Hey, eine Werkbank. Damit kannst du deine Ausrüstung verbessern. Guck sie dir gleich an. Ich habe sogar einen Werkzeug. Wir wissen ja nicht, was uns noch erwartet. Schleudereich nie ausrüstung. Werbzeuge. Gerade kann ich nur die Schleuder aufbärten. Durch eine zweite Haltung an der Schleuder kann Amiss ja ein zweites Mal schießen, bevor sie nachmachen muss. Oha. Aber irgendwann... Eine Maschinenschleuder. Schleuder. Schon besser. Praktisch. Bist du soweit? Ja. Gehen wir. Messer. Nach unten. Wo wollen wir hin? Wo ist unwohl der... Weg nach unten? Hm, aber okay. Oh, hier ist eine Leiche. Die Ratten? Nein. Die Menschen. Ersttochen. Vermutlich sollte hatten. Das Blutdachs im Rumpel. Wir sind ja überall. Hier auch. Sag ich doch. Mauern bringen gar nichts. Sie riechen die Kadaver. Ja. Sie folgen einfach dem Blut. Aber wir wissen nicht, wo die Blutspur aufhört. Ach, die Scheiße. Habt ihr euch vergessen? Na, wartet. Überraschend. Der Dreckskerl. Ich fürchte, die sind wir noch nicht los. Das muss aufhören. Was denn hier gibt es hier? Na komm, wo ist der verdammte Nachtschatten? Ich weiß, es ist die Hölle. Aber konzentriert euch auf eure Arbeit. Die Leichen müssen im Licht bleiben. Sammler, nehmt nur mit, was die Garnison braucht. Essen und Waffen. Als wären wir im Krieg, den sie schon verloren haben. Heute nicht, ihr Biest. Ich muss den Kug werfen. Ich hab keinen Kug. Na toll. Ähm. Dann halt so. Dann halt nicht. Ähm. Scheiß, Dreck. Dann fang ich noch ein zweites Messer. Wie sieht's aus? Wenn ich das hier aufladen, hier kann ich. Was machst du da? Vergiss nicht, warum wir hier sind. Was soll ich sonst machen? Sterben? Da mal rüber. Ein bisschen wüten. Oder auch nicht. Fantastisch. Woher kamen die Ratten jetzt schon wieder? Ich wusste doch, dass wir den Ratten mal nicht mehr werden. Du wirst mich doch freuen. Du wirst mich doch freuen. Ich wusste doch, Die Leichen müssen im Licht bleiben. Sammler, nehmt nur mit, was die Garnison braucht. Essen und Waffen. Als wären wir im Krieg, den sie schon verloren haben. Das ist für alle, die du ermordet hast. Wir haben keine Zeit für Rache, Amicia. Er war sowieso im Weg. Ich weiß, dass ihr hier im Übo seid. Oh nein. Wir müssen nur eins hin und schalten. Wir wurden entdeckt. Ah! Ihr seid erledigt. Verdammt! Nein, Bro. Was machst du da? Vergiss nicht, warum wir hier sind. Halt's mal, Lucas. Ich weiß. Ich mach's für Hugo. Das ist ein bisschen normal, jetzt so. Schleichen ist jetzt schlecht. Nicht schon wieder hier. als ob an der selben Stelle. Wenn man an der selben Stelle stirbt. Ich kotze und tüßen. Nein, du fucking kidding me. Das hat der noch umredigt. Ich bin vorsichtig genug. Und hier kriegen wir den jetzt weg. Ach, Shit! Ich komm doch mal hier rüber. Gefliehen ist zeitlos! Oh nein! Früher oder später erwisch ich euch noch! Dann komm hier rüber, lieber nicht. Hallo, wir müssen nicht aus dem Feuerhaus gehen. What the fuck? Dann mach ich erstmal wieder das Feuerbrüm an. Ob ich ihm das lebt. So einen Weg, wie ich selbst darüber kommen kann. Ich weiß, dass ihr dahinter seid! Versteckt euch ruhig! Ich finde euch doch! Mist! Ich komm nicht weiter! Ah! Ja, ich auch nicht! Nein! Amicia! Ah! Fuck! Fuck this shit! Mensch! Ich wusste doch, dass mit den Ratten was nicht stimmt! Wiegt nur, wenn euch das Glück nicht macht! Vielleicht müssen wir im Licht bleiben! Sammler! Nehmt nur mit, was die Garnison braucht! Essen und Waffen! Das ist schon Nummer zwei! Ich bin vorsichtig! Ich bin vorsichtig! Ich bin vorsichtig! Warum wir hier sind! Ich weiß! Ich mach's für Hugo! Ich versuch's mal hier durch zu kommen! Und... ... Wir ist den Blut! Und... Riecht der Wein? Eigentlich nicht so. Okay, stecke fest. Ah, immer schleudern. Der Kräuterkundler. Mit meinen Pflanzen, die brauche ich für Ärzte und Patienten. Und deswegen brauchen wir dich. Und jetzt Ruhe. Wir müssen was unternehmen. Die Haken haben sie uns. Bleiben in Sicherheit. Stören, Friede. Schnappt sie euch. Der Nachtschatten. Es ist alles. Noch nicht. Ich weiß, wie er gut ist. Es ist also nicht alles gelogen. Wir müssen nur seine Werkstätte finden. Versuch dich zu beruhigen. So kannst du nicht weitermachen. Wie denn? Wieso nicht? Dank diesem Mistkern geht es nur noch schlechter. Die Klinik für mich. Das ist ein bisschen scheißer. Was ich nicht darüber will. Vielleicht kann ich das doch zu ihm anzünden. Du zitterst ja. Alles gut. Geht vorbei. Tja. Töpfer machen wir doch nicht. Hier vielleicht irgendwo. Mal sehen, was drin ist. Hier haben wir fliegt von Stopp. Vielleicht können wir uns da ein bisschen weiter bringen. Zumindest bis da drüben. Ach, der wäre auch Salpeter. Klammer zu löschen. So, jetzt hier rüber. Ich lasse dir die Hälfte an den Stien. Ich weiß, aber was hilft. Alles gut, hab ich gesagt. Gut, gut. Da dürften wir jetzt hier rüber kommen. Oh, es ist verriegelt. Ganz ruhig. Die Mauer ist uralt. Vielleicht kommen wir woanders rein. Ja, mal sehen. Ich werde hier rüber. Oh, shit. Ich habe keinen Tupfer mehr auf. Mir nach. Gut, wir sind wohl erst mal sicher. Ja, dank mir. Sei froh, dass du nicht auf einem dieser Karren liegst. Pflanzen? Lukas, sag mir, dass er hier ist. Wir sind beim Kräuterkundler, aber... Sehen wir uns mal um. Wie sieht Nachtschatten denn aus? Such nach einer lila Blume in der Form eines Sterns. Lila Stern. Lila Stern. Muss doch bestimmt auch ein Sammelblümchen geben. Keine Blumen hier. Himmel, konzentrier dich. Hey, wir sind jetzt hier. Alles gut. Nein, nein, falsche Form. Ist schon gut. Such einfach weiter. Nein, das ist er nicht. Ach, hier ist nichts, Lukas. Ich weiß. Suchen wir im Haus. Ja, da muss er sein. Hm, ich weiß. Die Blumenhändlerin. Seine Frau. Sie haben sie getötet. Oh, nein. Drecksäcke. Sie war so nett. Äh, da sind wir Blumenhändler. Jetzt können wir Blumenhändler im Haus. Karten, Geräte. Ach, lauter Schrott. Das kann doch nicht sein. Das ist doch sinnlos. Warte. Und jetzt bin ich nicht mal bei ihm. Wie sollen wir überhaupt zurückkommen? Schwitzige Hände. Sucht alles ab, Männer. Amicia, sieh mal. Soldaten. Das musst du dir selbst ansehen. Also nutzt sie sinnvoll. Hier, bleibt hier auf Patrouille. Meldet jede verdammte Runde. Ach, du Scheiße. Alle anderen kommen mit mir. Einen haben voller Rüstung. Wir brauchen Medizin, alle möglichen Güter. Nein. Sie gehen rein. Was sollen wir tun? Hey. Was? Es geht dir nicht gut. Doch. Nein, geht's dir nicht. Du atmest nicht mal richtig. Mir ist schwindelig. Und mein Herz rast. Ich weiß. Was ist denn so in der Situation? Die Soldaten des Grafen plündern hier alles. Wir müssen den... Den Nachtschatten vor ihnen bekommen. Ich mach das. Nein. In deinem Zustand kannst du das nicht. Ich werd gehen. Ich schleich rein. Ich schaffe es. Ich wundere es, dass die noch keine Ahnung haben. Wenn dich jemand... Das ist die im ersten Teil noch keine Ahnung. Ich hatte die nicht das erste Mal. Und die haben... Die Inquisition besiegt in einem Star. Was passiert mit mir? Langsam durfte sie auch mit Lover-PD-SD. Was dramatische Belastungs... Spiel gut sein. So viel wie sie anmordet hat. Aber das zeigt, dass du ein guter Mensch bist. Dass es dir nicht scheißegal ist. Nein, lass mich los! Oh nein! Ich wusste es! Ich wusste es! Alles klar! Mach! Schnell! Komm schon! Das Demorde, was wir alles machen müssen, ist eine gute Zeit. Das ist mein Name! Du hast da drüben einen Plümder entdeckt! Wir sind vielleicht noch mehr! Sucht alles ab! Ich bin noch in der Welt! Verstanden! Ausschwärmen, Männer! Seid vorsichtig! Den Helmschicken komme man nicht an! Ich habe einen Helm und wir haben noch ein Messer. Kann man die ablenken? Nein, so nicht. Das hat er natürlich nicht genutzt. Ich weiß, dass ihr hier irgendwo seid. Ich finde euch! Nichts hier. Verplemperte Zeit. Ich dachte, es gibt an dem Haufen so ein bisschen was. Ich fühle mich fast wieder an dem Haufen auslöser. Hol Lukas! Hol die Nachtschatten! Hau ab! Bring alle um, die dir im Weg stehen! Dann umbringen ist eine schlechte Idee. Schlecker wird man hören. Komisch. War das? Was zur Hölle war das? Genau so. So wird es gemacht. Endlich habe ich euch! Ich habe ein bisschen Mut. Oh du Scheiße, ich bin hier. Ich lasse sie bluten. Versteckt euch ruhig, aber ich finde euch! Die verschwindet immer wieder hier rüber. Hey du! Lebst du noch? Sie sind dahinter! Ganz sicher! Tod! Ich finde seinen Mörder! Feindlinge, kommt raus! Ah Mist. Ich bin zu weit weg. Nichts. Muss wieder weiter. Es kam von hier. Bitte leg noch, bitte. Wer war bei dir, Junge? Spuck's aus! Ah! Hallo! Wursche wie du, komm doch nicht allein hierher! Wenn du nicht redest, stirbst du! Bitte! Lass mich gehen! Such dir mich! Bist du verletzt? Ja, geht schon. Danke. Der hat seine Lektion gelernt. Räudige Köter. Hey, vergiss ihn einfach! Ich hab den Nachtschatten. Wir müssen jetzt gehen! Schreie in der Scheune! Sie kommen! Versteck dich! Ich kümmere mich um sie! Nein, wir haben was wir brauchen! Hauen wir ab! Nein, die werden uns verfolgen! Und ich hab's satt wegzurennen! Mal nach Boden! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's! Kommt! Hier bin ich! Na toll! Da hast du's! Siehst du, die können nichts! Kein Grund Angst zu haben! Amitia, was machst du da? Wir müssen hier weg! Mörder, wo mach ich? Ich hab die Angst so satt! Ich zeig ihnen, dass es vorbei ist! Wer bist du? Komm! Ich geb dir, was du willst! Er hat einen Schild! Ah! Na, wie gefällt dir dann? So fühlt sich Gegenwehr an! Das sind zu viele! Es kommen immer mehr! Wir müssen hier weg! Dann geh halt! Das ist jetzt mein Revier! Hier werden sie sterben! Scheiße! Ach ja? Dann zeig mir, wie du das machen willst! Mehr hast du nicht drauf! Ach komm! Du musst aufhören, sonst sterben wir! Falsch! Du hast nur Angst! Aber die musst du ihnen anjagen! Ja, komm! Bravart! Halt es hier! Siehst du ein Kind? Doch! Ja! Ein Kind, das euch kalt macht! Nur Geduld! Du bist auch bald dran! Ach! Scheiße! Ja, komm! Ja, komm! Versuch's doch! Hört mal her! Ab jetzt bestimmt echt die Regeln! Den habe ich schon dreimal verfehlt! Männer! Die Eheberflug in unserer Hand! Falsch! In meiner! Du bist tot! So Gottverdammt tot! Scheiße! Was passiert? Mal bauen! Shit! Hier kriegen wir den jetzt! Ich muss irgendwie hinter ihn kommen! Und das ist nur der Einer! Der ist auch verdammt gut! Der ist auch verdammt gut! Shit! Du wirst meine Werder nicht ziehen können! Ich bin nicht fertig! Ich bin nicht fertig! buches abgewählt gab es dann andere alternative erwartet keinen schnellen tod nach dem was ihr getan habt der henker wird ein wenig zeit mit euch verbringen bevor ihr hängt du solltest dich setzen und mehr hast du nicht zu sagen komm schon du bist doch sonst nicht so hier wartet eine ganze garnison wieso tobst du dich nicht weiter auf nein erkennst du nicht unsere lage wir sollten doch nur kräuter beschaffen wie geht es sich wohl gerade ohne sie wie wird es ihm gehen wenn seine schwester gut ich habe einen fehler gemacht ich weiß nicht was mit mir passiert lukas ich ich verliere den verstand blutgelächt hast du ja weil diese welt wehtut immer wieder und du willst es ihr heim zahlen der krater ist diesen kampf verlieren amicia du bist nicht wie sie du bist eine der hohen das ist nicht nur das ist das nicht nicht mehr nur schlösser ich gebe dir ein zeichen kommt raus eure schlingen warten wir warten auf den henker ist noch mit jemand anderem beschäftigt du bist krähenfutter also benimm dich auch so du hast männer du bist nicht DESKion dass wird sie auch halten du hast uns da unten die haut gerettet ja ja wohin jetzt Es muss einen Übergang geben. Da drüben ist ein Fenster. Dahinter ist ein Dach, Lukas. Es muss sein. Himmel, ist das hoch? Bist du sicher? Geht so. Komm. Das ist ganz schön gefährlich. Ganz ruhig. Komm. Ich fürchte, das ist unsere einzige Chance. Machst du Witze? Nein. Bleib an der Mauer. Oh, bitte. Bitte, bitte. Du, du schaffst das. Tut mir leid, dass du da durch musst. Das ist meine Schuld. Das ist mir gerade sowas von egal. Da ist noch ein Dach. Wir sind fast da. Geschafft. Ich will runter vom Dach. Bitte. Ich hoffe, sie kommt nie für dich zu sein. Wache. Ich kann nichts machen. Gehen wir leise vorbei. Ich habe mir eine Schleuder. Ich habe mir einen Blick getinnen. Ich habe mir ein Ein